So, man mag es kaum glauben, ich habe eine Lösung gefunden für das Problem, äh, die ich euch jetzt gleich mal präsentieren werde. Also, ich habe sie nicht gefunden, ich habe es nachgelesen. Das andere zu erzählen wäre eine Lüge und ich lüge ja bekanntlich nicht. Oder auch unbekanntlich. So. So, es soll wohl so sein, dass, das Baby hat ja gesagt, auf dem Weg zum Piki Bernier ist der Vater verschollen. Und dieser Vater soll wohl in einer Schneekugel hier auf dem, also da stand im Hängebrückental, soll er sein. Welche Kugel es ist, erkenne ich denn daran, dass die Fee auf die Kugel losgeht und grün wird? Und da soll der dann drin stecken und dann eben erfroren sein, dann muss ich Quellenwasser holen und den auftauchen. Aber bisher sehe ich hier noch keinen... Aber das ist nicht das, was ich wollte. Also irgendwo in so einem Schneeball soll er drin hocken. Da stand erst eine Riesenschneekugel. Im Hängebrückental. Und da hier Hängebrücken sind, denke ich mir, dass das Hängebrückental ist. Ich will mal das hier niedermützeln. Ich will mal nicht da runter. Aber ich wüsste nicht, was uns das Hängebrückental sein könnte. Deswegen... Hängebrückental. Was gibt es da noch für Hängebrücken? Du kannst Hängebrücken mehr. Hier ist das Hängebrückental oder nicht? Das soll in einem großen Schneeball eingefroren sein. Und meines Wissens nach habe ich doch alle Schneebälle, die hier sind, irgendwie zerstört oder was? Außer den da. Und den da. Und den da. Da war eine Schildkröte drin. Und sich verarschen. Oh Gott, da war eine Schildkröte drin. Au. Ewe. Das ist das Stößt einfach im Hängebrückental. Ich bin echt... Ich bin echt... Irgendwie... Ach, da steht doch gleich Hängebrückental. Dann ist das es oder nicht. Ist das das Hängebrückental? Wenn da nicht steht, dass es das nicht ist, dann ist es eigentlich auch nicht. Ja. Also, das hier ist die Bergesiedlung, aber da will ich ja gar nicht hin. Ich bin mal ins Hängebrückental. Na, kommst du nicht berghoch, Alter. Alter Mann. Gut, 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 dann gehen wir jetzt mal da, längst in diese Richtung. Richtung hier. Wir rollen uns da hoch. Wollt gucken, ist das das Hängebrückental? Nein, das ist anscheinend gar nichts. Da ist der Peaky Bernier, da wollen wir gar nicht hin. Das heißt... Das heißt... Das heißt nicht viel. Oh. Wow. Wow. Heftig, heftig. Schockschwere Not. Gut. Lass dich dann doch erstmal unkommentiert stehen. Hm, ja gut. Haben wir ihn doch gefunden. Halleluja. Goody good good, so. Ähm. Ach, schafft er doch gar nicht. Ach, das schafft er. So. Dürfen wir den ganzen Weg nochmal nach oben, während der Mond immer noch weiter untergeht. Ich will mal ein bisschen... Action hier. Immerhin gibt es eigentlich mal Fortschritt, nachdem wir die ganze Zeit rumgecruised sind. Bin ich ja schon ganz froh drüber. Hä? Da, 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 da. Ich bin link und kann klettern. Oh mein Gott. Wisst ihr, was mich nochmal interessieren würde? Wollt ihr eigentlich, dass, wenn ich mit Majora's Mask fertig bin... Wollt ihr denn, dass ich mit Ocarina of Time weitermache? Das würde mich mal interessieren. Also, würdet ihr euch jetzt gut finden? Oder würdet ihr sagen, ne, Ocarina of Time muss ich jetzt nicht mal wieder sehen? Ich will lieber was Neueres, irgendwie. Also, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt lieber... Ähm. Also, ob ihr jetzt hier, allerdings da, das ist mir der Name entfallen, Ocarina of Time, äh, doch, Ocarina of Time sehen wollt. Oder, ob ihr lieber was anderes sehen wollt. Was Moderneres. Da könnt ihr euch mal... Berat schlagen, oder was auch immer. Und mir ja mal Bescheid sagen, was ihr denn am besten findet. Weil ihr entscheidet ja, was ich spiel, ne? Das muss ja... Was? Was soll ich da die Hütte brennen? Äh. Schrock, schwere Not. Schrock, schwere Not. Voll auf dem Eisblock. Schnell wegbärchen, schnell gucken. Schnell Wasser auskippen. Hoffentlich treffen. Triff mit dem Wasser den alten Mann. Ja. Ja. Na, geht's dir gut. Gart wie die aussieht. Huch. Wo bin ich? Oh. Es ist schon so spät. Ich muss mich beeilen. Speedoper. Speedoper. Er ist mal wieder unterwegs. Kaffee aus dem Buch. Unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Was?